So, das Buch ist fertig, lege ich es jetzt hier hin. Wir spielen weiter Quentin Break und da, ja, was eigentlich? Da sind wir in die Vergangenheit gereist, um in der Zukunft was zu verändern, aber irgendwie wurden betrogen. Eine Frau hat uns betrogen und auch eine andere Frau betrogen, denn die ist in der Vergangenheit gelandet und wir hinterher und jetzt, irgendwas scheint von außen zu kommen, sie weiß auch mehr als wir, wir sind ja gerade so angekommen, aber so richtig, ich nehme an, dass jetzt Kämpfe drohen, aber ich bin echt überrascht, was hier jetzt passiert. Die ist mir echt suspekt, das ist nicht die Person, die da reingegangen ist. Diese Person ist schüchtern, schwach und leicht depressiv. Das ist schon ziemlich heftig, überlegt mal, dass ihr, ja, plötzlich elf Jahre eures Lebens nur in diesem Raum verbringt. I told you once, our fate is already laid out for us. I still believe that, more than ever. I'm just worried what that might mean. It means we finish this. You need gear? Take whatever you need. The rest of it's going in the river. Along with everything else I brought here. That's a little drastic. My time here is done, Jack. I have to erase my presence. Let me know when you're ready to go. Hmm. Ich gerade nicht. Ich nehme dich. Halbautomatische Schrotfilme, das klingt gut. Ja, schade, die ganzen schönen Waffen würde ich natürlich jetzt gerne alle mitnehmen. Ich weiß genau, ich werde sie bald brauchen und vermissen. You followed Paul to 1999. Why did he travel so far back? To form Monarch. Prepare for what's coming. You kept tabs on him. Then he's kept tabs on me. I'm ready when you are, Jack. Ja, jetzt, einen Sekunden, muss ich das hier schon nochmal alles angucken. Ha, sehr interessant. Okay. Was hier noch? Okay. The countermeasures at Will's workshop. We find it, then what? You bring it back here, use the machine, return to the future. Use it to stop the fracture. That was always the plan. I can't imagine what happened to you. When you entered that machine, I wanted to go after you, but I didn't know where Sophia sent you or how to find you. You made it here. It's all that matters. You followed the plan. Whatever happened to you, change it. Don't. We can fix this. Don't. We can undo this. You still don't get it. It can't be changed. No matter what we do, the pieces fall in all of the exact same places. I've tried. Over and over. I can't just sit back and do nothing. You have to let go. Jack. You have to let go. We have to go back, Kate. We have to go back. At the end of time. That is where she sent me. I was there. I've been fighting this fight my entire life, and I saw us fail. I saw where this leads. I just don't know anymore. I don't know if we can win this thing. Then we'll die finding out. I don't know if we can win this fight my entire life. Beth, heißt sie, glaube ich, ist auch nicht mehr so. Sie war so ein Aktionist. So eine Aktionistin. Die hat was gemacht. Die hat was bewegt. Jetzt ist sie nur noch. Kann sie eigentlich lassen. Kann sie eigentlich wegwerfen. Brauchst eine neue. Was ist passiert? Elf Jahre? Liegt es daran? Oder eben, wie sie selbst erwähnt hat, die Tatsache, dass sie es immer, sie reden ja nie über Details. Gerade bei diesen Zeitreisethematiken reden sie nie über die genauen Details. Aber scheinbar, oh, da geht es weiter. Es ist sehr schwer, was zu ändern. Was hat sie erlebt, wenn sie sahen Ende der Zeit, wie sie verändert hat, wie sie verändert hat, wie sie verändert hat, wie sie verändert hat, Paul. Jetzt wird nochmal geladen, okay. Kann man nix machen. So und durch. Jetzt geht es weiter. Hier ist es. In 2010 hat Monarch noch nicht die Stadt gewonnen. Das kam shortly nachher, weil sie mit dir passiert ist. Aber wir wussten William war etwas anderes in seinem Workshop. Und wir wussten es muss sein. Wir waren monitoring den Platz. Ja, Beth knew about your presence. Sie hat sie spien. Wir kamen über den Rooftops zu avoidigen. Does Will know we're coming? No, he doesn't. From this point on, we may be in their sights. We need to be quick. Man, warum bist du denn so dépris? Emo, Beth, ey. Was geht denn ab? Okay, ja. Elf Jahre hat Beth gewartet. Elf Jahre lang hat William an dieser Countermeasure gearbeitet. Ich wünschte wirklich, ich hätte genug Zeit. Einfach, also Zeit im Sinne von jetzt hier. Wahnsinn. Um all diese Texte zu lesen. Weil die wirken wirklich irgendwie schön, gut geschrieben, interessant. Aber so eine Zeit haben wir leider nicht. Okay, ich dachte, da wäre was, aber nein. Ich suche übrigens immer wieder mal diese so kleine Krono. Ist das hier eins? Oh, das könnte was sein. 안arioswapplich. Oh, das für euch z Brooks! Dass du sie gut einsch �est, du bist Verfügbarst nicht möglich, du bistiarw вдacher pół cleanup. Wir werden ihnen apps für sich ver celten. Jetzt ist das ein cool ist. decision zu CSC gegen die Edelarsaale Kräcke. Sie kann jetzt für sich individuell schnell zu klären. Wir können immer wieder的話 trainieren. Wir werden sicher sein. Nicht Aunt Saul parkinglos. Wir werden dafür keine Angst vor Angst. Ja, es war du. Es war ein lange Zeit, jetzt. Shit. Locked out again. Where was the failsafe switch? Follow the wire. Which one was it? Blue? Or was that the emergency shutdown? Shit. I knew I should have labeled the wiring. And... Open sesame. Emergency shutdown initiated. Shit. Ass. Fucking goddammit. Yellow wire, I knew it. I built a goddamned time machine, but I can't remember to keep a piece of shit shit door unlocked. Let's see here. There we go. There we go. The device wasn't there, but it must have been at one time. It was all there on the board. The details of his downward spiral. His work consumed him. Became some kind of desperate obsession. Also wenn man sich duschen auf seine To-Do-Liste schreiben muss, weil er die Waldfee... Maybe I can rewind time to get this working. Ach ja, stimmt. Ich muss ja... Oder ich kann ja mit der Zeit spielen. Oh ne, das ist falsch. Ne, ich mach's trotzdem. Sieht geil aus, oder? Ja, ja, das hat schon was. Ist aber leider nicht das, was ich suche. Das hier haben wir eben schon gelesen, okay. Ah, da ist doch was. So geht es also auch. Im Grunde das, was ich wollte, nur anders. Oh, verdammt, das geht zu schnell. Mann, ich wollte natürlich einfach nur das kurz einfrieren. Damit diese Zeit unverändert bleibt. Habe ich es jetzt richtig? Habe ich? Okay. So, das könnt ihr euch alle jetzt merken und dann zu Hause nachbauen. Wird auch in den nächsten 583 Yps-Heften in kleinen Teilen beiliegen? Müsst ihr natürlich dann selbst zusammenbauen. Er hat nicht den Kode verlassen. Aber ich kann es schrauben. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um... jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns finden würden. Aber jetzt ist es Zeit, mal meine ganzen Zeitfähigkeiten zu benutzen. Du hast nie eine Chance gehabt. Du warst auf einer Suizidermission. Ja. Ich werde nicht liegen und einfach ohne eine Lange Nicht dann, nicht immer. Macht ihr die Tür auf oder soll ich? Gut, dann so. Mach ich's. Oh, jetzt wird geballert und ich sag's schon mal jetzt. Ich werd versuchen, die Fähigkeiten ein bisschen besser zu nutzen. Stop right there. Where's the girl? Hey, 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 hey. Hold on. Take it easy. He's got a gun. Open fire! Wow! Oh, okay. Halt! Warum ist L1 nicht Wuschen? Wo ist mein Wuschen hin? Ah, okay. Und warum hab ich diese Waffe? So, mehr Wuschen, generell einfach mehr machen, wurde mir gesagt von der Community und die ganzen Fähigkeiten auch nutzen. Okay, das kann alles noch ein bisschen dauern, da muss ich erstmal wieder reinkommen. Oh, hier ist ein Zaun. Wo ist denn hier überhaupt jemand? Da ist ein Gegner. Ich schieß jetzt extra mal auf die Tonne. Okay, das hat nichts gebracht. Okay, das war richtig schlecht. Ich wollte die Tonne... Da explodiert sie. Warum denn jetzt erst? Warum denn nicht gleich so? So, ich will jetzt mal richtig cool spielen. Also, du kriegst so ein Bang. Und dann wusch ich da hin und hau dir den Kopf ab. Hat das funktioniert? Nein! Okay. Ich krieg's sicher jetzt gleich besser hin. Achso, man kann ja mit A. Ich hab eben noch Gears of War gespielt. Ich hab so diese Hemmung... Äh, nicht die Hemmung. Diesen Zwang, immer A zu drücken, um in Deckung zu gehen. Nur, dass das hier ja gar nichts bringt. Das ist aber jetzt... Wie viel kann man hier ja auch nicht machen. Ja, okay. Ah, okay, okay, okay. Ich muss hier erst mal reinkommen. Huh, 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 huh. Krieg ich alles hin. Wirklich, wenn man cool spielen will, das ist gar nicht so einfach. Da muss man genau wissen, auch was man drücken muss. Und, ähm, ja, hab's auch schon jetzt tatsächlich über eine Woche nicht mehr gespielt. Dadurch bin ich dann noch nicht so drin. Kommt aber gleich. Oder auch nicht. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass es nicht so einfach ist. So oder so werdet ihr heute erfahren, ob man hier Skilly spielen kann. Stop right there. Where's the girl? Hey, 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 hey. Hold on. Take it easy. He's got a gun. Open fire. What the fuck was that? Shoot it. Take off. Ich wollte ihn eigentlich treten, hat er aber nicht ganz hingehauen. Aber den kann ich, oh, nee, auch nicht. Jetzt erst mal wieder weg. Ich würde schon gerne mehr in Deckung gehen, muss ich sagen. Also ich würde schon gerne auch das Gefühl haben, dass man sich hinter einer Deckung verstecken kann. Aber es macht auch so Spaß. Es gibt kein A. Wo ist noch was? Gegner irgendwo? Da ist einer. Oh, shit, von allen Seiten plötzlich. Okay. Okay. Paul Serene, komm du nur mal her. Der denkt nur, weil er dieselben Skills hat wie ich. Oh, seid ihr? Okay, jetzt muss mal was passieren. Irgendwas Cooles. Ich finde aber leider nichts. Überall nur Tonnen oder Sniper. da oben, der Sniper ist auch schon weg. Es will gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Mann, ich drücke R1. Ist genau das, was ich machen will. Ihn schön hier in die Zeitblase und dann ach, das geht gar nicht. Okay, man kann kein kein Meli machen, solange der Gegner in der Zeitblase ist. Gut zu wissen. Aber man kann hinrennen mit Swooschen. Oh, okay. Ach, da war gar keiner. Doch, da war einer. Okay, jetzt werde ich aber gerade gut beballert. Dich nehme ich noch mit. Oh nein, scheiße, da hat die Zeit nicht ausgereicht. Ich wollte eigentlich, will ich aus dem Swoosh raus noch in das Lomo rein. Das geht auch. Und zwar so. Oh, und dieser Sniper, der macht es mir schwierig. Hüpf, hüpf, da kann er mich nicht treffen. Ist er noch da? Wenn, okay, der ist weg. Okay, da muss ich also hin. Ist hier noch irgendeiner in meiner Nähe? Nein. Dann geht's jetzt los. Achtung. Shit, da ist hier direkt schon wieder einer. Auch ein Problem ist, ich habe leider nicht genug Chrono-Stücke eingesammelt. Dadurch sind meine ganzen Moves leider nicht so stark, wie sie sein könnten. Aber sie reichen immerhin schon, um hier ein bisschen was zu machen. Oh, fuck. Gehe ich denn nicht hoch? Oh. Ja, das sieht nicht gut aus mit zwei. Muschen. Irgendwie. Irgendwohin. Den auch noch mitnehmen. Oh, jo, jo. Da kommen sie von allen Seiten. Oh, Energie. Gib mir Energie. Nur ein kleines bisschen Energie. Gegner befinden sich da. Okay. Ne, ich hab's sogar erwischt. Die krieg ich die Sniper. Den da oben krieg ich. Das ist leicht. Oh, der steht da rum und weiß doch überhaupt nicht, was mit Pilgen passiert. Oh, jetzt ist es auch schon zu spät. Oh, da ist noch einer. Verdammt. Das war sehr gut von mir. Ja, so viel kann man dann doch nicht machen mit den Fähigkeiten, muss man sagen. Man kann ruschen, dann kannst du Slow-Mo, dann kannst du Bullets abwehren damit. Äh, was kann man noch? Den normalen Zeiteinfrierer und den Auflade-Zeiteinfrierer und das war's. Oder? Hab ich was vergessen? Ihr seht's ja rechts. An den ganzen Icons? Ja, nö, so viel ist gar nicht. Könnten aber mal gucken, ob hier noch irgendwo Chrono-Teile liegen. Die brauch ich nämlich echt. Ich hab einfach zu schlechte Fähigkeiten im Moment. Irgendwo hier müssen die ja eigentlich rumliegen. Man sieht sie eben nur nur in diesem Suchmodus. mit dem Zeitblick. Oh, jetzt krieg ich Hunger. Äh, okay. Irgendwo hier, ne. Vielleicht, wenn ich hier reingehe. Och, geh doch zwischen den Baum durch. Jetzt echt? Ach, komm, Alter. Du kannst ja wohl da drüber hüpfen. Komm, nochmal. Mit Gefühl. Ja. Hier kann ich wahrscheinlich dann nicht hoch. Ah, okay. Das ist nicht gerade der coolste Actionheld, mein Freund. Ich hoffe, du weißt das. Irgendwie, ich glaube ja. Ich glaube, er weiß. So, jetzt zeigen wir nochmal die Features. So, da kann man schnell rennen. Unten rechts baut sich alles auf. Hier ist dann nochmal Slow-Mo-Time angesagt. Dann können wir, wie gesagt, schießen, aufladen und am Ende noch ein Schild machen. Alles nur so okay, finde ich. Könnte noch ein bisschen geiler werden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben sie nicht ausgebaut habe. Ach, Paul. Du schon wieder. Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das zusammenleben. Du weißt, es kann nicht stoppen. Ich kann es sehen, in deinen Augen. Du weißt das. Was ist das? Jetzt wäre ein guter Moment, die Zeit einzufrieren. Oh, shit. Wir verletten. Wir haben Ground Zero gegründet. Wir haben alles zu passieren, wie es immer getan hat. Alles, was in der Lage ist. Nur einer. Der Blast hat dich durch die Zeit gebracht. Sie zurückgebracht hat 2016. Das gleiche Zeit von dem du verlassen hast. Was hat dich da gegründet. Wir müssen wissen, wie du das getan hast. Du denkst, ich wollte zurückkommen? Ich wurde weggebracht. Alles, was ich für immer wieder zurückgebracht hat. Lebt hinter. No, 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 Beth. 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 Come on, move. Beth, get up. Beth, come on, get up. Please, Beth. You need to move, okay? Yeah, yeah, that's it. Get the gun. Come on, come on, come on, Beth, move. Come on, please, please. Beth, move! Paul, don't do it. Don't do it, don't! I'm not wrong. You can't. No! 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 Serene had to countermeasure the whole time. I had to get it back. A rash decision. You claimed Beth Wilder's death had no impact on your behavior, but... Like I said, I barely knew her. So, what you did next... It wasn't personal? No. No... No. No… No. No! No. No, no. No. No! No. No, no! No! Spannend, wirklich. Echt, echt, richtig gut. Das ist alles so ein bisschen so ein Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung, weil man nicht genau weiß, was man jetzt eigentlich noch machen soll. Hört das dann alles zum Lauf des Schicksals oder was kann man machen? Was nicht zum Lauf des Schicksals gehört. Man weiß es ja nicht vorher. Das war auf jeden Fall gerade eine geile Szene, dass man gesehen hat, man ist in der Zukunft oder in der Gegenwart und muss durch diese Vergangenheitsspiegelung noch so halb sehen, wie Beth von Paul Serene erledigt wird. Was sie nicht gerade zu einem coolen Typen in meinem Buch gemacht hat. Was aber dem Ganzen natürlich eine extreme geile Spannung und auch ein paar schöne Bilder beschert hat, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Hui, wir gucken ein Video. Denn, falls ihr das noch nicht wusstet, immer zwischendurch, zwischen den verschiedenen Akten werden Videosequenzen abgespielt, die zusammen eine vierteilige Serie ergeben. So ein bisschen in so einem Flair von einer TV-Serie. Die ist nicht so geil, ist aber auch gar nicht so scheiße, wie viele tun. Vorher aber gibt es noch eine kleine Entscheidungssequenz, in der wir, nehme ich an, wenn es so läuft wie bisher, in der wir vielleicht sogar mit Paul jetzt eine spezielle, wichtige Situation entscheiden können, wie sie laufen soll. Das gucken wir uns noch an, da entscheiden wir uns noch kurz. Und danach gibt es dann die Serie. Und das ist dann die letzte. Auch der, also der, der... Moment. Geht weiter. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Gleiches Werbung, aber das gucken wir uns noch an. Ich habe 17 Jahre gearbeitet, um es zu planen, um es zu entwickeln, um Monarch zu entwickeln, weil ich wusste, was er kommt, und ich wusste, dass es nicht zu stoppen kann. Aber was ich gebaut hat, hat mich auf mich gewechselt. Was ist das Ziel, in sie zu retten, wenn ich sie nicht glauben kann? Ich gehe aus, in die Schmerz und Schmerz. Die Schmerz ist abzuhren. Die CFR. Es hat mir so viel costiert. Aber ich habe die Macht, und mit dem, mein Plan wird funktioniert. Mit dem, ich werde die Lichter aufhalten, when the world goes dark. Mr. Serene, sorry to disturb you, sir, but I have that cleanup report on Dr. Kim's lab you wanted. Meet me in my office, soldier. I'll be there when I've sealed the CFR chamber. The lab explosion. My treatment's all gone. The first thing is first. Seal the chamber. The antagonist's all gone. Und da auch noch Entscheidungen treffen kann, die wiederum das Spiel so minimal beeinflussen, wenn sie auch nicht, wie ich gehört habe, das Ende beeinflussen. Was aber für eine gute Geschichte auch wichtig ist, dass es ein, finde ich, dass ein kohärentes, ein klares Ende gibt, was so von den Entwicklern auch gedacht war, ohne dass man jetzt überall Kompromisse machen muss, weil der eine gerne irgendwie die sein Goldfisch gerettet hätte. Und die CFR chamber. Ich muss es sichern. Meine eigenen Leute wollen es nehmen. Wer weiß, wie viele, die gegen mich arbeiten, ja, einige auf jeden Fall schon mal. Oh, Entschuldigung, ich habe die Regie beinahe vergessen. Äh, ja, wir gehen nochmal kurz in die Werbung. Danach drücken wir diesen Button und sichern das Areal ab, vor was auch immer, vor unseren eigenen Agenten. Das werde ich auch machen. Ich werde hier die Tür zumachen. Und dann kommt keiner mehr rein. Und dann spielen wir durch bis ins Morgen. Bis der Morgen graut. Äh, nein, ist gelogen. Wir gucken uns dann noch ein Video an und dann, ähm, sind wir leider mit dieser Rundequente-Break auch wieder am Ende. Aber vorher kurz nochmal Werbung. Und dann geht's nochmal in einen letzten, nochmal einen letzten Atmer, einen letzten Schub-Action. Und dann sind wir durch. Bis dann. Bis gleich.